Rutsch mal ein bisschen zu mir oben. Nein, es passt schon so, ich mach das ja wohl nicht ganz oben. Doch, du musst ganz oben sein, du bist ja Teil dieses Videos. Grüß euch, Grelli hier und herzlich willkommen zu einer bisschen spezielleren Folge von einem Let's Play. Und zwar, ich habe vor geraumer Zeit die 100 Abonnenten geknackt und meine Frau hat mir zu Weihnachten einen super Gutschein geschenkt, weil sie interessiert sich überhaupt nicht für PC-Spiele oder irgendwas was mit dem Internet zu tun hat. Und ich habe einen Gutschein bekommen, sie macht mit mir ein kleines Let's Play. Und da ist sie, das ist die liebe Riccardo. Hallo. Ja. Mehr weiß ich nicht, vielleicht regen wir sie auf. Wir spielen Castle Clashers. Das ist ein Art Hack and Slay, Jump and Run. Und schauen wir mal, wir haben beide keine Ahnung von diesem Spiel. Let's go. Okay. Geht's los? Ja, Moment. Ich glaube, das ist gerade eine Sequenz. Eine Videosequenz. Okay, ich bin der Ruder. Und draußen. Ich bin der Ruder. Ich bin der Ruder. Ich bin der Ruder. Ich muss irgendwo hinlaufen. Ja, ja, ja. Hey, hast du vergessen, wie man Gegenstände benutzt? Ich muss hinnutzen. Nein, wir müssen nochmal weitergehen. Und hier ist das kein Problem. Mh. Das sind die Durfbewohner. Ja, das sind schon Barbaren gegen die, was du kämpfst. Ja, wo war's ich? Ah, da. Ha! Ich hab gleich zwei gesucht. Uh, ich hab einen Apfel gekriegt. Hey, du hast die Mainz genommen, das war ich! Ja, das kann schon sein, dass das... Weißt du, da ist noch Geld. Ja, dann nimmst du... So, du hast schon ein bisschen ein Leben verlangen, glaube ich. Ja, aber ich hab alles gemacht, du bist nur da gestanden. Ja, ja, natürlich. So wie immer im Leben. Weißt du, wir sollen in dem Spiel zusammenarbeiten und nicht... Ja, dann tue ich was. Ja, ich tue eh was, ich schnetzel da grad zwei nieder. So, wie benutzt man jetzt, äh, Fähigkeiten? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ehh. Ja, gut. Prinzessin. Das mit dem Springer habe ich schon verstanden. Oh, da sind Feinde, Schatze. Das hat mich eigentlich geworfen, äh. Das ist irgendwas. Du musst ganz auf der Fix, doch, das ist in der Anleitung gestanden. Ja, dann tu das. Ja, ich mach das eh. Oh, was ist das? Ich hab eine andere Waffe genommen, komische Weile. Ja, ich mein... Nein, ich glaub ich hab eine andere Waffe. Nein, du bist blau. Du hast eine Axt. Auf einmal. Ja, aber die ist blau. Vielleicht macht's mir schaden. Wir sind Späne, fast Tod. Das ist sehr gut. Hm. Also Springer weiß ich wie mal. Oh, jetzt hat er seine Magie ausgeübt. Dann muss ich mal hinten drücken, oder? Ja. Nein, ich habe dann genommen... Ich glaube, ich habe gut die gekauft. Nein, das ist ein Verbündeter von uns, der Weiße, glaube ich. Nein. Der ist ein Gräu. Der gehört auch zu uns, glaube ich. Ja, ja. Aber die habe ich... ...zippen nicht. Ich glaube nicht, dass freundlich frei aktiviert wird. Hey, gut. Immer gut. Hey, nochmal gut. Hey, nochmal gut. Hey. Ich glaube, da hätten wir uns gerade Waffe kaufen können. Äh, Barbarenkrieg. Zurück zum Heimatschloss, was heißt das? Schmied? Trainer des Königs, okay. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Egal, ob wir uns Items kaufen könnten. Einfach schnitzeln. Ich glaube, ich kann das ganz... Ah, da bin ich. Ein Blauer bist du, oder? Ja, ich habe einfach abgeschaut. Da ist keiner. Doch, da sind Barbaren bei mir. Nein, bei mir nicht. Ja, dann geh dort hin und schlag die Leute. Ja, das ist auch schön. Oh, ich habe den Dunkel drauf. Halt deinen Rücken frei, Schatz. Okay, das ist ganz süß geworden. Natürlich. Gut, gut, gut. Da ist einer. Da ist noch was. Ne, Kombo. Ah, ah. Wo ist denn A? Nein, das bin ich. Ich bin gerade ein Level aufgestiegen. Wieso, ich nicht. Weißt du noch nicht genug angebracht hast? Ja, das ist schön, dass ich ein Friedvoller Mensch bin. Ich bin auch ein Friedvoller Mensch. Hey, eine Kirsche. Boah, bin ich gut. Schau, ich bin in Level 2. Jetzt hast du eine neue Kombo. Das ist ein A. Das ist ein A. Ich glaube, das ist bei dir X. Ich habe da auf dem Kontrollen nicht zu entstanden. Nein, du hast keine zu entstanden. Oh ja, eins, zwei, drei, vier. Ich nehme drei. Das Blaue. Blau. Mhm. Achso, ich bin da. Das mit der Magie habe ich auch noch nicht so verpassen. Weil da haben wir ja Mana oben. Ah, weil da hinten was ist. Ja. Okay, ah, verstanden. Also hinten muss ich was drucken und dann? Druck einmal. Und dann musst du irgendeine Tasten zocken, damit du es zaubern kannst. Ah, war das ich? Was? Hast du was gerade zaubert? Ja, kann sein. Vorsicht, es sind schon viele Gegner bei dir. Ich bin ein paar Finger ausprobieren die ganze Zeit, gell? So lange es nicht stirbt und wenn du den Gegner umbringst, ist es ja... Du gehst auf die falsche Figur. Auf die Rode? Nein, auf die Baban habe ich doch geschaut. Ja, ich meine so gut. Das ist ein Bogenschütze. Ah! Du gehst den Bogenschützen. Ah! B, 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 B. Das ist nicht weg, geh. Ah, da ist nur ein Bogenschütze irgendwo. Ah! Ich will den Bogenschützen oder ich bin gleich tot. Ich sehe doch einen. Der hat doch mich geschossen die ganze Zeit. Den kann ich nicht töten. Ah, doch. Ja, sicher kannst du ihn töten. Y, ich bin tot, Schatzi. Ah, ich bin besser wie du. Ja, du musst mich wiederbeleben. Wie du? Du musst zu mir gerne Y trocken, aber zuerst bringen wir die ganzen Gegner ab, die da sind. Du darfst nicht die ganze Zeit springen. Ja, ich tue das automatisch. Nein, du hast nicht automatisch. Du drückst irgendwas zum Springen. Ah! Genau. Ja, prima. Du schaffst das. Du bist gleich tot. Ja, aber die sind alle ständig bei mir. Ja, weil ich tot bin. Ha, ich hab ihn geschafft. Ja, ich hab ihn sicher. Ah, andersrum, ja. Hey, du hast es geschafft. Du musst mich wiederbeleben. Geh auch jetzt zu mir. Drück Y an. Das gehe ich. Die ganze Zeit drauf drücken. Nicht weit auf. Ja, du musst immer beim Herz auf Y drücken. Wie wiederbeleben. Danke, ich hab zwar fast kein Leben, aber wenn wir da... Wie für mich eigentlich? Ach, du hast fast kein Leben mehr. Ich bin der, der so ein bisserl Leben hat. Schau, der tut auch grad, wenn wir wiederbeleben. Höft zu ihm. Höft zu ihm. Höft zu ihm. Hey, du hast mich... Ich bin tot. Du hast mich gerade gekaut. Ich hab dich nicht gekaut. Oh ja, du weißt das. Nein, hab ich nicht. Ich lieg da. Ja, ich muss dich jetzt auch retten. Außer ich stirb auch, dann haben wir ein Problem. Wenn wir selber wieder benehmen. Nein. Selbst bist du drauf. Das glaube ich sowieso aber nicht. Jungs, das ist nicht gut, was ich auch mit mir dazu. So, sehr gut. Du bist bei mir Y. Ja, bei Y. Ich hab keine... Nein, jetzt nicht. Hä? Wie kann ich die wiederbeleben? Ah, okay. So, du hast wieder 72 Leben. Du bist wieder komplett da. Ich hab nämlich jetzt auch einen Pfeil am Boden, gell? Ja, cool. Wow. Uh, das ist nicht gut. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Ah, gescheibenglässert. Du bist gerade überfahren worden. Ich hab's zum zweiten Mal. Ja. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir drauf fahren. Wo bin ich? Ah. Hallo. Ich kann auch den Wegbrenner. Geh, sonst haben sie mir oben. Nein, nein. Oh. Was soll dir das schon nicht gut aussehen? Nein, das schaut überhaupt nicht gut aus. Ich mach dir was anderes heim. Ich weiß nicht. Du bist gleich abgeschossen. Ah. Wir sind beide tot. Ich werde schon wieder. Okay. Du kannst als erstes was aussuchen. Das ist so weit, ja. Du kriegst Magie oder mehr Stärke. Schaden kriegst mir. Okay. Hey, was hast du da? Ach, ich hab's druckt. Ja, das ist falsch gewesen. Du bist jetzt zu übersprungen. Ach, das grüne war wieder... Ja, das war wahrscheinlich falsch. Ich hab keine Ahnung bei meiner Tastatur wo B ist. Du kommst mal B. Du kommst mir geht's nicht. Ja. Okay. Ich nehme mal mehr Stärke. Ja, und was ist mit mir? Keine Ahnung. Okay, wir fangen wieder an. Sehr interessant. Wir sind einfach so gestorben, Schatz. Das war sehr lustig für uns. Das ist ein bisschen zu viel grüns. Ich nehme jetzt noch einen Schluck Radler, Jungs, weil ich und meine Frau trinken während des Spül. Entschuldige, wir trinken ja keinen Alkohol, sondern Milch. Also kein Alkohol trinken ist schädlich. Ja, wenn sie Alkohol macht. Das ist zu gut, Schatzi. Aber weit haben wir sie irgendwie nicht geschafft, gell? Nein. Wir werden aber noch besser. Jetzt muss ich mal die Tastatur ein bisschen überschieben, ja? Ich gehe mal weiter in die Tastatur. Ja, du musst schon, dass ich mitgebe alles. Ach so. Hopp, hopp. Ja. Deine Bühne! Deine Bühne! Schaut schon besser aus, Schatzi. Ich weiß nicht mehr, was das weiß ich. Aber ich falle da hinten auf. Ja, das ist Magie. Wenn du dann andere Tasten drückst, dann kannst du mal nie wirken. Ja, aber ich finde nichts aus, welche Tasten. Druck einmal rechts hinten und dann B. Was ist denn das für Farb? Rot. Du hast gerade was da, schau. Ich habe jetzt gerade ein Level drückt. Ich bin... Nein, du bist gestorben. Was? Ich bin gestorben? Habe ich jetzt die ganze Zeit am Fall schon? Hahahaha. Boah, bist du schlecht! Ich mag meine Frau ab und zu. Wirklich? Du spielst das erste Mal? Ja, ja. Nein, generell, ich spiel das erste Mal cool. Und du bist du schlecht! Aber ich. Ich mach mich jetzt total depressiv. Ich bin ja depressiv. Warum glaubst du dringlich aktuell? Jetzt schon, Schatz, du was. Du drückst immer nur auf irgendwas, gell? Ja. Funktioniert aber gut. Merkt man. So, du kannst jetzt schon Schaden leveln. Genau. Nein, du mit Steuerkreis. Ja, du magst Magie. Aber du hast noch kein einziges Mal Magie gewirkt. Ja. Du hast nur 4 Punkte. Ja. Also du möchtest alles in Magie stecken? Ja. Das ist hinten, oder? Und B. Das ist Magie hinten. Also wenn du rechts hinten drückst bei deinem Controller und dann auf B. Dann machst du Magie. Oder ein Sprenger dann. Du musst immer zuerst gedrückt halten und dann B. Genau. So, jetzt muss ich noch. Ich hau alles in Stärke rein. Weil ich bin ja männlich. Deswegen hau ich auf alles drauf. Und dann... Jetzt ist es aus, oder? Ja, wir müssen den Baban... Schon wieder brauchen aber. Ja, wir sind gestorben, Schatz. Boah, ist das cool. Hast du grad gezaubert? Ja. Ja. Ach, geh schon mal. Haha, ich kann mal nicht weiter. Hast du grad gesagt, beim Computerspiel, das ist cool, wenn man zaubert? Ja. Nicht irgendetwas drücken, Schatz. Sonst wird der Controller hin. Ja, ist eh klar. Kann ich gerne mal einkaufen. Oh, Leute. Da steht ja keiner. Ich schaue mir das, weil ich noch mehr Magie. Ja. 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 Ja, ich bin ja eh schon da. Du bist viel schneller als ich. Ich kann nicht mehr zaubern. Ich kann nicht mehr zaubern. Oh, du kannst zaubern. Aber wenn du eingegriffen wirst, kannst du nicht zaubern. Du musst dich wohin stellen, wo du ungestört bist. Und dann kannst du zaubern, weißt? Ah, mit Q blockt man übrigens. Ich bin tot. Ich glaube auch gleich, die ergeben mich da ein bisschen an den Nerven. Die Bogenschützen nerven, gell? Du musst, glaube ich, blocken. Wie gelben blocken. Bei dir links hinten. Das ist blocken. Du kannst Angriffe blocken. Ja. Tja. Meine lieben Leute, ich glaube, das war es einmal mit der ersten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ich mit meiner Frau öfter spielen soll, schreibt es uns in die Kommentare. Jetzt darfst du noch was sagen. Tschüss. Tschüss, Papa. Super schön. Ja. Krieg ich noch einen Kuss? Nein. Nein. Okay, dann neide ich gerade keinen Kuss. Ich denke, ich werde gerade auf Escape drücken und die Aufnahme drücken. Bitte euch. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020